herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn euch die videos hier gefallen würde ich mich riesig übernahme freuen außerdem bewertet kommentiert und teilt natürlich gerne das video und schaut auch gerne auf meinem twitch kanal vorbei link dazu ist in der video beschreibung und ich würde sagen wir schauen uns jetzt den item shop an heute haben wir den aura und gilt skin wieder im shop die haben ja jetzt seit season 2 auch einen weiteren stil bekommen nämlich den winter jäger im stil sieht eigentlich auch ganz nice aus und den kennt man ja schon wird gefühlt von jedem dritten spieler gespielt ist ganz nice dass jetzt wenigstens ein bisschen abwechslung bei dem skin reinkommt und sieht auch eigentlich ganz nice aus für 800 feedbacks stile ist auch wirklich vollkommen in ordnung dann gibt es dazu noch im beutebeutel was dann als extra backpack kaufen kann für 200 feedbacks und die diamantschädel spitzhacke sieht auch nice aus und das beides sind natürlich auch neue sachen dann haben wir beim gilt skin auch noch einen neuen stil auch wieder winterjäger äh warum steht der winterjägerin eigentlich mit winterjäger stehen wahrscheinlich irgendein übersetzungsfehler vorher hat den ja eigentlich eher keine gespielt ich finde den auch im vergleich zum aura skin nicht ganz so gut aber der zweite stil sieht eigentlich ganz nice aus dazu haben wir dann auch noch mal den blingbeutel rucksack den man natürlich auch wieder extra dazu kaufen muss als nächstes haben wir dann den kunya skin den kenji skin dann die schnell schlag spitzhacke die clown spitzhacke und als letztes noch der falke gleiter dann haben wir den risiko skin im standard und einmal ohne maske stil als nächstes haben wir den wagenmuth skin auch schon sehr sehr lang nicht mehr im shop glaube ich dann aber auch verweckt dann den sternstab den oldschool emote und als letztes noch ruf zur schlacht das war es mit dem heutigen shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao